So, heute eine kleine Ankündigung in eigener Sache und zwar möchte ich dir mal eine neue Webseite vorstellen. Nein, das ist nicht diese hier, die kennst du natürlich selbstverständlich, aber wenn du in Zukunft hier oben auf Divi klickst, wirst du auf die neue Webseite rübergeleitet, die sich nennt divi-videos.de und es ist eine ganz eigene Supportseite, wo es nur um Divi geht. Warum habe ich das gemacht? Weil ganz viele von euch mittlerweile mit Divi arbeiten, ich selber arbeite auch damit. Divi ist einfach ein tolles Team, wir können alles damit machen, egal ob wirklich Business Homepage, Blog, Shop, Landing Pages. Divi gibt einem ganz viele Möglichkeiten, man kann sehr schnell, effizient damit arbeiten. Du siehst auch hier, ich habe hier gerade mal auf der Startseite einfach kurz nochmal die Vorteile aufgezählt, die Divi so hat für alle, die vielleicht noch nicht mit Divi arbeiten. Und hier findest du auch auf der Startseite die Gratis-Tutorials, hier zum Beispiel der Schnellstarten mit Divi. Oder hier, wenn eine neue Version kam, zum Beispiel Divi Leads oder die Bibliothek, der Import und Export von Layout-Vorlagen. Oder auch hier der visuelle Editor. Und auch hier werde ich weiterhin alle Gratis-Tutorials mit einbinden. Natürlich kommen die auch auf dem Blog, auf der Sandra-Messer-Seite, aber langfristig binde ich die alle hier mit ein, sodass du dir das wirklich als Sammelsurium für deine Divi-Fragen merken kannst. So, wir gehen mal kurz durch. Es gibt nicht sehr viel, ich habe sie versucht recht schlank zu halten und nur das Wichtigste drauf zu packen. Hier gibt es noch den Rabatt für jemanden, der Divi noch nicht gekauft hat. Da gibt es über mich einen Rabatt. Natürlich sind das Affiliate-Links. Ich schreibe das auch hier nochmal genau auf, bedanke mich da auch wirklich bei jedem, der meine Arbeiten hier unterstützt. Und hier gibt es auch nochmal ein Video. Da sieht man dann auch ein bisschen, wie das aussieht, wenn man Divi gekauft hat, der Mitgliederbereich. Und da sage ich auch noch ein bisschen was zu den Lizenzen. Dann hier ein ganz großer Punkt, der von ganz vielen von euch gewünscht war und ich habe es jetzt umgesetzt. Es sind wahnsinnig viele Seiten geworden. Ich glaube 130, 140 Seiten, die Divi-Layouts. Wir wissen ja, Divi bringt viele Vorlagen mit. Das sind diese hier im oberen Bereich. Und du kannst die jetzt einfach auf dieser Seite anschauen. Das heißt, wenn du irgendwie wissen möchtest, wie sieht denn hier die Vorlage Homepage-Firma aus, dann brauchst du die jetzt nicht immer bei dir installieren und anschauen. Sondern du kannst hier wirklich reingehen, kannst dir das Ganze angucken, wie sieht die Vorschau aus. Sie wird reingeladen. Und dann kannst du dir das alles angucken. Brauchst auch nicht auf die Elegance-Themes-Seite, sondern ich habe hier wirklich alle Layouts reingepackt. Noch dazu habe ich die ganzen Gratis-Layouts, die ich ja mit rausgebe. Sowohl hier, wenn du dich auf dieser Seite zum Testzugang anmeldest, kriegst du diese Gratis-Layouts mit. Also es wäre jetzt zum Beispiel hier ganz unten. Da siehst du hier, die kriegst du auch sofort. Du kriegst den Testzugang zum Videokurs und du kriegst aber auch gleich die Layouts mit. Das sind diese hier. Du siehst auch, dass sehr viele, ich habe sie nicht gezählt, aber es müssten über 60 sein. Und auch hier überall dahinter gelegt. Das heißt, du kannst dir wirklich anschauen, wie sieht denn jetzt hier die Galerie Nummer 2 aus. Dann schaust du dir die an, wenn dir die gefällt, dann lädst du dir nur dieses eine Layout hoch und brauchst nicht alles selber bei dir testen. Das war von vielen schon gewünscht, weil du siehst ja, es sind wahnsinnig viele Layouts oder auch hier dieses Business-Layout von der Homepage. Also da sind ganz viele Dinge dabei. Da sind ja auch schöne Schriftkombinationen, Preistabellen, Profile, was ist noch interessant, Header-Beispiele. Hier zum Beispiel die Navigation, das ist für viele immer interessant. Da gibt es viele Beispiele, die man nehmen kann. Footer gibt es auch irgendwo, da sind immer ganz viele Footer-Beispiele. Also wirklich schöne Layouts mit dabei und du kannst sie dir jetzt alle hier anschauen. Und falls du sie noch nicht hast, trägst du dich einfach hier ein, dann kriegst du sie auch. So, dann gehen wir weiter. Die Module. Was habe ich gemacht? Ich habe alle Module hier einmal dargestellt. Das heißt, auch hier brauchst du nicht mehr auf die englische Elegance-Team-Seite, um dir vielleicht so ein Modul anzuschauen. Du brauchst es auch nicht erst mal selber einbauen, sondern du klickst einfach da drauf, wenn du wissen möchtest, was ist denn das Akkordeon-Modul. Dann siehst du es hier. Ich habe auch drüber immer noch mal einen kleinen Text geschrieben. Und bei einigen Modulen habe ich auch noch mal so ein paar Tipps, so ein paar Hinweise. Bei manchen muss man zum Beispiel vorher was einstellen in den Theme-Options. Das habe ich dann auch immer so mit dazu geschrieben. Also hier findest du wirklich jedes Modul, ganz wenige, die nicht dabei sind, aber nur aus dem Grund, weil man sie nicht schön darstellen kann. Also zum Beispiel das Code-Modul, das kann ich optisch nicht darstellen. Das hängt von dem Code ab, den ich da einfüge. Das brauche ich hier nicht mit reinnehmen. Aber alle anderen sind wirklich mit Pro und Contra dabei und du siehst dann immer, wie das Ganze aussieht. So, das sind die Module. Dann gibt es den Kurs. Das ist ja überhaupt der Anlass noch mit gewesen. Dieser Divi-Kurs, der jetzt abgedreht ist. Der geht fünfeinhalb Stunden. Das sind 26 Videos. Da sind fünf Module. Im ersten Modul geht es um die Installation, Updates, Theme-Options. Zweites Modul Design-Modifikator. Drittes Modul gehen wir in den visuellen Editor, in CSS. Wie erstelle ich eine One-Page zum Beispiel mit Divi? Solche Sachen sind dabei. Und dann ein ganz großer Teil, fast die Hälfte des Kurses, zeige ich jedes einzelne Modul. Also wirklich, ja, da bleibt keine Funktion mehr offen. Und hier gibt es ein kleines Video, wo ich das eben nochmal beschreibe, was es in dem Kurs gibt. Und du siehst, es gibt hier auch keine Preise, kein gar nichts. Hier mache ich vielleicht noch ein schönes Vorschaubild hin. Du trägst dich einfach hier ein. Dann kriegst du einen Testzugang zur Webmaster-Uni, meinen Mitgliederbereich. Und da kannst du dir dann das erste Modul in Ruhe angucken. Und falls du ihn kaufen möchtest, findest du dann dort den Button. Aber hier gibt es auf der Seite wirklich nur den Testzugang. Hier oben dann noch so ein bisschen was, ja, zum Beispiel über mich. Auch hier habe ich diesmal mit Video gearbeitet. Für alle, die es interessiert, ich erzähle ein bisschen was persönlich von mir. Ja, genau, einfach nur zum Kennenlernen. Divi-Service, auch hier bieten wir quasi rundum Sorglos-Paket an. Für alle, die es nicht selber installieren wollen, die werden vielleicht hier fündig. Aber wir bieten natürlich hier auch Einzeldienstleistungen ein. Das heißt, wenn dir deine Divi-Seite zu langsam ist oder du hast irgendein Problem oder irgendeine CSS-Anpassung, Umzug. Also es gibt eigentlich nichts, was wir nicht machen. Also von daher immer das Kontaktformular hier nutzen. Wenn du irgendeine Frage hast zu Divi, zu WordPress, ja, dann immer hier einfach über das Kontaktformular gehen. Und ich beantworte deine Fragen natürlich persönlich. Und hier noch ein kleiner Link rüber zur WP-Support24, unsere Agenturseite von Frank Nuag und mir. Ja, das war es aber. Mehr findest du auf dieser Seite nicht. Aber ich glaube, es ist ein wirklich sehr schönes deutsches Divi-Support-Forum geworden. Meiner Meinung nach wirklich schon lang überfällig, weil einfach so viele in Deutschland mittlerweile mit Divi arbeiten. Weltweit fast eine halbe Million, die jetzt schon mit dem Divi-Seam arbeiten. Und ich mag es auch sehr gerne, weil einfach der Page-Bilder, ja, und die ganzen Kopier- und Bibliotheksfunktionen, die machen das so praktisch. Aber wie gesagt, alles findet man nochmal hier in den einzelnen Videos. Ich freue mich, wenn du hier mal vorbeischaust. Falls du Fragen hast zu Divi, einfach melden. Und ja, genau, dann wünsche ich dir viel Spaß mit Divi. Und natürlich, falls du vorhast, den Kurs zu kaufen, es gibt jetzt einen Launch, also einen Einführungspreis. Der wird zehn Tage laufen. Das heißt, du solltest dich dann hier wirklich in den nächsten zehn Tagen auch anmelden, damit du eben von diesem Launchpreis noch profitieren kannst. Das heißt, du solltest dich dann hier in den nächsten Tagen auch anmelden.